Hi, ich bin Alex von der Flugschule Herondell. Wir haben mal wieder eine Frage bekommen, und zwar der Jonathan wollte wissen, mal eine Frage, dürfen A-Schein-Piloten, die nur an der Schleppwinde gelernt haben, auch am Hang starten bzw. andersrum? Nein, dürfen sie nicht. Es ist wie folgt, also du musst beides können. Also wenn du an der Winde mindestens 20 Flüge gemacht hast, dann darfst du an der Winde quasi die Flugschulinterne Prüfung machen. Und wenn du dann noch zusätzlich 20 Hangstarts hast, dann darfst du quasi beides benutzen, beides machen. Dann kriegst du beide Startarten in deinen Schein eingetragen. Wenn du rein 40 Flüge an der Winde machst, dann darfst du auch nur an der Winde fliegen. Und wenn du rein 40 Flüge am Hang machst, also Höhenflüge, dann darfst du auch nur am Hang starten. Deswegen bieten wir bei uns in der Flugschule die kombinierte Ausbildung an. Das heißt, ihr startet am Grundkurshügel, da machen wir unsere mindestens 15 Grundkursflüge. Gerne auch ein, zwei mehr, dass es einfach sitzt. Und dann bieten wir direkt im Anschluss die Windenausbildung an. Das ist dann circa drei Tage. Wir versuchen da die Gruppen sehr klein zu halten, dass ihr auch wirklich was davon habt am Tag. Dass wir so sechs bis acht Flüge hinkriegen. Und dann sind wir in drei Tagen mit den 20 Flügen durch. Und dann fahren wir eine Woche weg in die Höhenflugschulung. Da haben wir verschiedene Gelände bei uns in der Kante, Italien, Österreich und Frankreich. Und da werden dann quasi die restlichen mindestens 20 Höhenflüge gemacht. So dass ihr dann fit seid für die A-Schein-Prüfung. Wenn ihr das bestanden habt, beides, wenn ihr das an der Winde läuft und eben auch am Hang läuft, dann die Flugschul interne Prüfung gemacht habt. Und dann dürfen wir beim Prüfer vorstellig werden, der euch dann die A-Schein-Prüfung abnimmt. Und dann sollte das auch eigentlich kein Problem sein. Ja, falls ihr noch weitere Fragen zu dem Thema habt, meldet euch gerne bei uns in den Kommentaren oder via E-Mail. Oder schaut bei uns einfach mal im Shop vorbei. Wir freuen uns auf euch und sehen uns. Bis dann. Macht's gut.